Und weiter geht's hier bei der Vierecksbeziehung mit eurem Krabbe und Folge 106 von Durchstern bis an die Spitze, Dark Souls 3 im NG+. Wir kehren zu dem Ort zurück, an dem damals Folge 50 stattfand, die Spezialfolge mit Basti und Borny in Wölfrath und ja, das heißt es geht gegen die Dragonslayer Armor und ja. So, schauen wir mal, ob es diesmal schneller klappt als damals oder ob wir wieder auf die Fresse bekommen. Ja. Nicht runterschubsen, das ist gemein. Oh oh, ach ja, da war ja was. Oh scheiße. Jetzt kann man auch noch die attacken. Ja. Oh oh. Arschloch, du bist, du bist Arschloch. Ach nö, nicht nochmal. Kann es sein, dass die das schneller machen im NG+. Oh ja, wir verballern schon wieder richtig viele Estos-Flakons. Und jetzt kommt wieder das Feuer. Oh wow. Komm schon. Ach nö, nicht wieder Feuer, oder? Aber ich glaube, das kommt nur, wenn man oben hingeht, ne? Irgendwie war da was. Und ich bin ja leider nach oben gegangen. Ha! Geht doch, schön. Ja, wieder eine relativ kurze Folge. Aber was will man machen. Gut. Dann gehen wir doch mal schnell zum Leuchtfeuer. Ach ja, das war ja die schöne Stelle. Und der zwei Leuchtfeuer kurz hintereinander kam. Gut. Dann war es das also schon wieder für diese Folge. Das Schöne ist, jetzt habe ich wieder ein bisschen was, was ich durchspielen kann, außerhalb des Let's Plays. Bis zum nächsten Boss in diesem Bereich. Und an sich habe ich auch noch ein paar andere Bosse, die in anderen Bereichen gelegt werden müssen, bei denen ich schon stehe. Mal schauen, was als nächstes kommt. Lass euch überraschen. Bis dahin. Ups. Bin an den Gamepad gekommen. Na ja, macht's gut. Untertitelung des ZDF, 2020